Willkommen zu Nerdrum spielt. Ich bin wieder in Macquarie unterwegs und wie bei den Battletech Spielen üblich ist auch der Timon wieder dabei. Wir sollen weitere Contracts annehmen und die Reproduktion meiner Einheit verbessern. Ich habe jetzt schon fünf Macs. Halt. Da kann ich tatsächlich auf ... Genau. Die Spider hat 30 Tonnen. Den würde ich lieber nehmen wie den Locust. Die Spider ist aber ganz schön kaputt. Wir kommen jetzt erst mal auf den Centurion. Da habe ich aber fast nichts abgekriegt. Dauert auch nur zwei Tage und kostet fast nichts. Super. Den Jenner nehmen wir auf alle Fälle noch. Da ist auch nichts weiter kaputt. Das sind auch nur zwei Tage. Du meinst sie dauert zu Tage? Ja. So. Den Flamer hast du nicht. Der hat auch nur den Flamer drin die Spider. Anstatt dem Flamer könntest du vielleicht einen Medium Laser reinbauen. Ja. Und die Jump Chats könnte ich auch noch reinbauen. Ja und den einen Medium Laser auch. Du musst unbedingt dein Equipment wieder auffüllen. Ja. Den Medium Laser weg. Ja. Und das ist auch nur ein Small-Energy-Slot. Und das ist Medium Size. Ja, dann tut den mit dem Laser im Centertor so durch den, der auf der ersten Stufe ist ersetzen. Ja. 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 So? So? Besser noch den Kopf Ja. Daut 32 Tage. Was wird das noch kosten? Nur 2 Tage. Kann ich das irgendwie rumdrehen? Nein. Doch. Kannst du. Das muss alles aber noch mal neu darin. Ja. Würde ich mir hoffen, das wäre irgendwie einfacher geregelt. Solltest du nicht erst einmal die Rückdrucker variieren? So. Und dann... Da bin ich momentan. Da gibt es was zu tun. Dann reisen wir mal da hin. Ja. Du bist ja nämlich zu sehen, das sind meine Hauptpacks bis dahin mit der ganze Zeit. 16 Tage. Ja. Ja pu LORDOST. Ja. Ja. Sturges, das heißt, sie haben Signale von Bodeo und Aronatruhe. Es geht um Sturges 4. TAKE DOWN AS MANY OF THE OPPOSITIONS THERE AS YOU CAN. Und remember, the more you take down, the better they pay. Ja. Wie du musst was ein Indien geben. Je mehr du kaputt machst, je mehr du kaputt machst, desto besser in France. Genau. Das nehmen wir mal an. Das lassen wir alles so. Und dann geht's los. Hoffentlich werden deine Maxe sind komplett deklariert. Also bis jetzt geht's irgendwie noch mit dem Geld. Ich meine, ich hab jetzt 5 Max und hab immer noch so ein bisschen über 2 Millionen. 2,3 Millionen. Ich hatte befürchtet, dass das schlimmer ist. Mal gucken, wenn ich die Mission jetzt fertig hab. Gibt das eigentlich auch Priority Missions? In Battletech? Ich vermute, dass später wieder welche kommen. Momentan heißt es ja nur, ich soll irgendwelche Missionen erfüllen. Irgendwelche allgemeinen. Verteidigen oder zerstören. Richtig. Eigentliche Questmissionen, wie das die Priority Missions in Battletech sind, die werden ja dann wieder anders angezeigt. Dann kommt dann wahrscheinlich jetzt, haben wir rausgefunden, wer die Bösen sind. Flieg mal dahin oder so irgendwas. Mal gucken. Ja. Ja, oder man muss den Anführer dieser Basis zerstören. Ja. 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 Genau. Genau. Ja. Oh. hmmm wenn die Spider-Gans ist, kannst du den durch den Lukust dann ersetzen? ja klar das wären dann 10 Tonnen mehr mhm, das würde noch gehen und die Spider wird auch nicht mehr so schnell kaputt gehen weil ich mehr Rüstung reingepackt habe Es sieht aus, dass die Freundlichen bereits mit hostilen Forsten engagiert sind ihre Überleben ist nicht unsere Priorität aber es gibt immer Sicherheit in Numbers in der Combat-Zone wir sollten tun, was wir können, um ihnen zu helfen sie werden unsere Combat-Bonus immer leichter machen je länger sie in der Kampf bleiben ja super das ist ein Freundlicher wir sollen jetzt gucken, dass der vielleicht noch überlebt das ist ein Freundlicher ja das ist ein Freundlicher das ist ein Freundlicher das ist ein Freundlicher ich habe noch einen der Target Begriff hopp also das war eine Einschungsschung man muss vier Gegner besiegen wahrscheinlich von der Nuss zu begriffen da ist der Neck hopp ja Okay, der nächste ist so. Wer hat denn so langsam, dass wir den Kredit überholen können, als Mensch? Ja. Jetzt kommt Marjoin nicht mehr. So füße. Rechts sind zwei Meter. Ich hab's gesehen, ich will um die Basis rumlaufen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Target acquired. Slash tight. Target destroyed. Target acquired. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Target destroyed. Es ist der Fall. Das ist der Fall. Recon hat spottet additional Borgers. Heading along a trajectory that intersects with your position. Da kommen Mix irgendwann. Wo? Da hinten? Target acquired. I am. Jervidem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was war das? Japan Oh, nicht stehen bleiben! Ist der kaputt? Ja Das heißt, es wäre nur noch der Mech da Der ist auch schon fast kaputt For additional payout Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Oh! Target acquired. Plan attack was fun. Target destroyed. Okay, das ist nicht so gut. Target is down. Three units acquired, taking heavy damage. Analyse scored. My scope is lighting up with more targets converging on your position, Commander. Stay frosty. Target acquired. S-R-M-R-26. I'm here. You're here, right? Yeah, I'm here. I'm going to go left and right. I'm going to go left and right. You're here, right? No, I'm not here. No, I'm here. No, I'm here. I'm here. You're here. Okay. You've got to go left and right? No. 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 Yes, no. No. Das gibt's eigentlich nicht. Aha! Jetzt wird's spannend! Was ist das? Locust. Locust 1-V, Locust 1-V. Doppelt das Rettelzenter Torso. So, QLM. Der Ende hat auch 670 Schuss. Jetzt! Oh, der hat... Das sind noch zwei weitere Plätze. Blackjack. ... Ich glaube, das ist ein Schuss. Oh, das ist aufgeregt. Die Schusskirche. Das ist ein Schuss. We have lost firepower! We have to adjust! Tango eliminated! I got it! More enemies inbound! They really are gunning for you, Commander! Watch out! Oh, how is it going? Should I go back again? Yeah, because one of your weapons... One of your weapons... One of your weapons... I got it! One of your weapons... I got it! 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 The enemy! I got it! You're the enemy! I got it! Blast Poloblast Got another one T-4 Los linebacker Oh We're coming They're coming I can't see the mobile guys No I'm not I'm not going to die I'm not going to die Der hat mit beiden Hosen so schnell mit dem Mech fliegt. Oh, das ist doch einer. Da haben wir sie sind. Oh, nur noch den. 3-unit squad taking heavy dodge. Enemy forces continuing to converge on your location. Stay frosty, Commander. Target acquired. New target acquired. Target destroyed. Der ist auch zu straffen. Ja. 336.000. Oh, das ist doch extra. Ja, gucken wir mal, wie viel er insgesamt fliegt. Zwischen zu nerven. Let's get you out of there, Commander. Stand by. Feierlich. Uh. Das Wasser in den linken Arm verloren. Aber alle Waffen sind noch ganz. Der Mech ist kaputt. Ja, mal gucken. Was wir jetzt noch bekommen. Ob der ganz kaputt ist. Na, der geht jetzt anscheinend noch gut. Weil der hat auch was geredet, nachdem der Mech kaputt gegangen ist. 1.193.000. Du hast die Reels zu deinen Steals bekommen. So. Ich hab aber nur 4, ähm, Savage Shares. Flame Huffle? Nein. Okay. Remedy. Das klingt normal. Vielleicht. Artikel 5. Burst Fire. Geh mal weiter. Artikel 5. Burst Fire. Winter Ice. Ja. Und dann noch die Reels mit den Reisort. Ja. Wo kommst du dann? Wird 80 Tage. Ja. Muss ich warten, bis der andere da gesund ist. Oh, guck dir mal den Jenner an. Ja. Und den Locust von dir. So. Oh. Ein Tag vor meinem 1008. Geburtstag. Genau. So, dann gucken wir hier das nächste Mal weiter. So. So. So.